Here we go! Zwei Bewandtnisse. Erstens, kennt ihr noch diese Hitchlers? Ähm, ich frage das, weil es ist so unglaublich lecker, ne? Hitchler, vergesst diesen ganzen, äh, neumodischen Schnickschnack da. Von was Süßigkeiten ist. Der Hitchler, ne? Das ist der einzig Wahre, was die Süßigkeit angeht, ne? Oh, die haben so geile Kaugummis. Die Hitchlers. Die haben so geile alles. Es schmeckt so unfassbar gut. Und dazu kommt noch, wenn man das SCH zuhält mit dem Finger, dann steht da, ich, dann steht da Hitler. Psst. Das ist natürlich nochmal, ja, das macht dieses ganze Produkt nochmal interessanter, möchte ich sagen, ne? Hat mich da gerade ein Fisch angespuckt? Ja, hab ich gerade, ja! Ja, der Fisch hat mich von der Plattform gespuckt, ich glaube, es hackt. Na, sag mal. Ja, ist das denn so richtig? Also, das sind alles seine Bewandtnis hier. Ach, die Ä... Wie jetzt? Die Äpfel zieht da mir ab? Na, das ist ja eine Frechheit, sag mal. Ja, du, wir haben noch sechs Äpfel. Ach, du Scheiße. Ne, 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 Freunde, da muss ich mich jetzt auch mal in den Nahkampf wagen, ne? Oh nein, ich hab falsch das so gedrückt. Alter, Apfel, äh, Fisch, Junge. Komm her, kriegst du aufs Dach, Fisch. Oh, das ist Jago, schaut mal. Komm her, Hähnchen, was willst denn du? Zack. Okay. Das Fisch, ich glaub das nicht, er hat nämlich echt von der Plattform gerotzt. Schon wieder. Ne, Leute, da muss ich jetzt ja mal ein bisschen mehr in den Nahkampf. Oh, Teppich, komm. Jawohl. Jawohl, Teppich, flieg mich dahin, wo ich hin muss. Jawohl, Äpfel, wow. Hier will ich hin, oder was? Hier will ich hin, okay. Oh, ich hätte so gerne einen Drogendealer. Oh, komm, das nehmen wir mit. Ich weiß zwar nicht genau, wofür, aber das nehmen wir mit. Oh, scheiße. Jetzt geht's mir doch... Oh, oh, Fische, hallo. So, wir haben noch zwei Affenköpfe. Zehn Äpfel, das ist ein Scheiß, echt nix. Das ist gar nix. Und, ja, wir haben so viele Diamanten, ne? Wir brauchen so einen blöden Drogendealer. Der muss uns unbedingt Leben verkaufen. Das ist das, was wir brauchen, Leute. Wir brauchen Leben. Unbedingt. Und wir brauchen keine Fische. Alter, du. Da rotzt... Das... Ich glaub das nicht. Dreht der sich um und rotzt in die andere Richtung. Äh, so. Das ist ja, wo ihr, äh... Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich glaub das nicht. Wenn die diese erste verdammte, äh... Stands hier quasi schaffen. Das kann ja wohl nicht sein. Ach, ich seh grad, es gibt, glaub ich, ne Möglichkeit, die auch im... Im Melee-Kampf zu besiegen. Wenn die mich locken. Lock mich. Äh. Ah, ja. Wollen natürlich ein bisschen idyllisieren. Das bin ich so gar nicht, ne? Alter, dieser Mistfisch. Ich glaub's nicht. Echt, ey. Äh. Habe ich ihn erwischt? Ja, wa? Ja, glaub schon. Yes. So, jetzt nehm ich aus. Äh. Ja, Fisch. Bam. Hö. Den Apfel ich weg. So, los geht's, Teppich. Jetzt fliegt mich an schöne Orte. Ähm. Ich glaube, es gibt in diesem Level sogar einen... Oh, da ist ein Herz. Nein, Teppich. Nein, bleib hier. Scheiße. Äh. Äh. So. Habe noch ein Hähnchen draus gemacht. Okay. Ich glaube, es gibt in diesem Level sogar... Ähm. Kann ich da ran? Ne, wa? Ach, hier auch von hier aus. Na, klar. Ja. Oh, da ist das Herz. Ich komm nicht ran. Ich komm nicht ran. Nein, nein, nein. Scheiße, scheiße. Es gibt, glaube ich, in diesem Level sogar einen Drogendealer. Oh, scheiße. Mann, das kann ich mir jetzt hier echt nicht mehr erlauben. Glaubst du es? Ist es denn die Möglichkeit, sag mal? Oh, meine Herren. Ich glaube, es gibt in diesem Level einen Drogendealer, wenn ich mich da nicht irre. Und ich möchte ihn verdammt... Nochmal. Oh, Mann. Ich brauche diesen Drogendealer dringend. Dringend. Urgent. Urgent. Alter. Aladdin, Junge. Du stresst mich in letzter Zeit ein bisschen, mein Freund. So haben wir nicht gewettet, wir beide. Halt dich da jetzt fest, jawohl. So, was willst du von mir, hm? Jetzt aufs Maul, ja? Jetzt aufs Dach, ja? Hallo, komm. Ich warte, bis der torntet. Jetzt. Und krieg dann eine verpasst. Nein, kriege ich nicht. Oh, guck hier. Guck hier. Ein Checkpoint. Jawohl. So, ich glaube, da... Genau, da fliegt uns Teppich hin. Aber ich werde erstmal hier hin. Ah. Uh, 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 uh. Oh. Oh, was für ein Lacker bin ich. Hallo. Hallo. Genau auf dem Pinguin gelandet. Yeah. Okay, wir brauchen unbedingt diesen Drogendealer, Leute. Ach, Mann. Fliegst du mich noch höher, Teppich? Nee. Ach. Super. Jetzt leuchtet unsere Lampe. Na toll. Da ist das Herz. Da ist das Herz. Na ja, gut. Schauen wir mal, wo uns Teppich gleich hinfliegt. Da drüben ist auch ein Herz. Das könnte ich sehr, sehr gebrauchen. Na los, Teppich. Auf geht's. Boah. Jago, ey. Du Stressareller, Junge. Erwischt. Ach, der fliegt uns echt zu allem Krams hier. Das ist natürlich super. Weil Äpfel können wir hier brauchen. Wir können alle sie brauchen. Vor allem können wir einen Drogen, die Leute brauchen. Zack. Ja, 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 ja. Herz. Yes. Geil. Äh, äh. Komm, one on one, Baby. Lass mich. Der Schlags. Komm her. Hier oben ist noch ein Dicker. Der ist erst mal egal. Solange er mich nicht mit dem Messer bedroht. Und er wedelt auch wild um sich. Wird doch nicht mehr auf. Jetzt. Äh, äh, äh. Na komm doch. Er wirft nach uns. Aber nicht schnell genug. Aber er. Nein, au, abgewehrt. Oh. Hab das gesehen, Jungs. Hab das gesehen. Ja. Ich hab ein bisschen Schiss hier. Ich hab... Ah, ich darf hier nicht mein verdammtes Leben noch einbüßen. Ja, du. Oh. Nein. Schon wieder was abbekommen. Da ist ein Herz. Bitte, Teppich. Flieg mich zum Herz. Komm schon. Flieg mich überall hin. Flieg mich zum Herz. Flieg mich da, 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 hoch, runter, links, rechts, Herz. Ah, hier, Diamant, ja. Zack. Abgewehrt. Herz, 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 Herz. Teppich, Herz. Fliegst du hier hin? Ich bin ein Herz. Ah. Was fliegt ihr denn hier für eine Strecke? So, kein Parcours hier auf Teppich. Fliegt ihr am Slalom? Ihr könnt nämlich einfach noch straight dahin fliegen, wo ich hin muss. Boah. Wow, wow, wow. Nein. Komm, den abfliechen. Uh, uh. Und tschüss. Ja, go. Ja, go. Okay. Okay, ich brauche unbedingt den Drogendealer. Da führt kein Weg drumherum. Kann ich hier stehen auf diesem, auf dem nächsten unter mir? Kann ich da stehen? Ich weiß es nicht. Ich springe, na, kann ich nicht. Okay, sauber, Otto, sauber. Juti, wir können also nicht darauf stehen. Sauber, echt sauber. Klasse, Blöds. Oh, noch ein Hit mitgenommen. Oh, mein Gott, ey. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Das ist so Mäusemelken hier. Ich brauche eine Lampe. Äh. Ich brauche ein Herz. Mehrere Herzen sogar. Und den verkackten Drogendealer. Wisst ihr, ich brauche nur aus der Tür rausgehen. Denn da gibt es 20 Leute, die mich anquatschen und mir irgendeinen Scheiß verkaufen wollen. Jetzt, wo ich mal einen brauche, ne? Nix hier. Nix. Nix da. Wo ist er? Ich weiß, es gibt ihn hier. Oh, ein Herz. Geht das nämlich auf jeden Fall erstmal mit. Ja, dann machen wir die Strecke halt nochmal. Das ist mir bewusst. Hauptsache, ich habe ein Herz dabei. Und hier, ja. So. Hauptsache ein Herz dabei. Das ist erstmal Prioritäten setzen, ne? Müssen wir halt hier nochmal Faxen machen. Was soll's? Sagen wir, wie viele Yagos gibt es denn hier? Ist ja auch nicht normal. Naja. Freunde, morgen ist Freitag. Immer noch. Ist das geil oder was? Ich freue mich heftigst auf den Freitag. Warum? Ja, ist frei. Haha. Okay. So, das war mal kurz eine kleine Ausfallung in Richtung Wochenende. Montag ist auch frei, merke ich gerade. Der ist ja Pfingsten, ne? Wisst ihr eigentlich, was Pfingsten ist? Ähm. Ich wusste es. Obwohl, eigentlich weiß ich es immer noch nicht. Muss ich eigentlich sagen. Ich weiß es irgendwie doch nicht. Ich weiß. Hey, sag mal. Wo gibt's denn hier weiter? Da drüben. Aber es sieht so aus, als ob ich da nicht rüberkomme, ne? Und Yago will mir auch noch einen Strich durch die Rechnung machen. Weil dann hab ich erstmal abgesäbelt. Hey, ich komm doch da gar nicht hin. What the heck? Hey, warte mal. Wie komm ich schon jetzt hin? Frage. Frage an euch. Wie komm ich da hin? Ähm. Also mit Pfingsten, das war so, glaube ich. Pass auf. Scheiße, ich weiß gar nichts. Also ich weiß. Da kam, äh, der Heilige Geist. Also Jesus ist verschieden. Und dann kam, glaube ich, zu Pfingstmontag der Heilige Geist. Oder die Geister. Weiß der Teufel was. Und, ähm, haben... Und der hat zu Jesus seinen Jüngern gesprochen. Glaub ich. Und in... Ach, hier oben. Oh, heilige Mutter. Wer baut denn da auch so eine Gardienstange ein in einem Palast? Na ehrlich? Na ja, gut. Und der, ja, besagter Geist... Ach nein, kein Apfelwerf. Besagter Geist hat zu den Jüngern gesprochen. Mehr weiß ich aber dann doch nicht. Das ist, glaube ich, die Geschichte von Pfingsten. Zumindest in groben Zügen. Oh, hier ist mein Affe. Komm, Abu. Yeah, lauf los, mein Freund. Räche uns. Wo ist dieser Vermalledeit? Da ist er. Oh. 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 Oh, ja. Jetzt werden wir uns erstmal richtig vollpumpen hier. Was? Sold out? Wie jetzt? Na gut, wir haben neun. Alles klar. Ich würde sagen, ich habe immer noch keinen blassen Schimmer, was die... Das die dünnste sind. Äh. Was die dünnste sind, Junge. Was die Wünsche sind. Darum kaufe ich die mal nicht. Hoffe darauf, dass wir im nächsten Level noch mehr Drogendealer finden. Was ist denn das hier? Ich gehe mal lieber nicht rein. So ein nicht vertrauenserweckendes Loch. Aber es scheint so... Ach nee, es geht hier weiter. Nee. Bin ich jetzt wirklich? Ich glaube, ich bin wirklich. Hey Sultan, der macht das wirklich. Ähm. Ach, wir haben wieder acht. Ach so, ja klar. Die leben, die zählen noch. Alles klar. Nur die Äpfel. Nein, wir haben keine Äpfel mehr. Oh Gott. Oh Gott. Nein, ey. Wir haben keine Äpfel mehr. Oh nein. Oh, vielleicht kann ich jetzt nochmal kaufen. Ach, geht nur bis neun. Na ja gut, dann behalte ich hier auf jeden Fall. So wie ich hier rumfehle. Ja, dann, ähm... Werden wir uns jetzt hier mal frohen Mut ins Loch stürzen, ne? Hui. Ja, und landen denn natürlich unvermittelt auf einem unschönen, ja, Gerät. Oh, was ist denn hier los? What? What? Was ist denn jetzt hier? Ein Endkampf? Da habe ich jetzt nicht gerechnet. Die Frage ist, was muss ich machen? Ah, ich muss Jago abwerfen. Super, mit neun Äpfeln, Freunde. Yay. Wie cool ist das denn? Wir haben neun ganze Äpfel. Juhu. Ja, ist natürlich richtig schlecht, ne? Und vor allem gegen den Kampf, den Endkampf gegen Jafar. Da werden wir, also da hatte ich zumindest vor. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt anders geht, aber zu 90% mit Äpfeln zu arbeiten. Also, ja, wie ich das jetzt hier schaffen soll, das ist mir ein Rätsel. Zack, da geht der letzte Apfel flöten. Oh, das war auch der letzte Apfel. Na, guck mal. Wenn man beim Teufel spricht, wenn einfach mal alles stimmt, Leute, wenn alles stimmt. So, komm, gib mir Äpfel. Kein Scheiß, gib mir Äpfel. Ah, fünf Äpfel, okay. Das ist nicht die Welt, Leute. Das ist nicht die Welt. Das wird richtig, das wird ein hartes Eisen. Jafar's Palace. Letztes Level, Freunde. Letztes Level. Endboss Jafar erwartet uns. Freu dich, mit offenen Armen. In Indigo-Umarmung. Wir haben fünf ganze Äpfel, Freunde. Oh mein Gott. Nicht, dass ich... Wow, okay. Nicht, dass ich das jetzt, das Let's Play nicht beenden kann, weil ich keine Äpfel habe. Scheiße. Aber sei es drum. Das passiert alles im nächsten Part, im letzten Part, im finalen Part. Und ja, wenn euch dieser gefallen hat, dann macht das doch gerne kenntlich mittels eines... Oh, guck mal, hier ist das geil. Wie ihr sie streckt. Ja, macht das gerne kenntlich mittels eines Daumen und oder Kommentars. Und ansonsten freue ich mich, wenn das Video geteilt wird. Woppa. So wie ich mich persönlich sehr freue, wenn ihr mich subscrippelt. Ihr wirst ja von allen Seiten angemacht. Das geht denn ab, ja. Ja, und bis dahin sage ich erstmal, juicy Leute. War lauter Heeres und bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.